Und an der Stelle, moin Leute, was geht euer Julian am Start? Und ja, meine lieben Freunde, wie es ja viele von euch schon gehört haben, hat mich der liebe Miras herausgefordert. Julian, 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 dachtest du, du würdest so davon kommen? Du denkst also wirklich, ich würde mir das gefallen lassen? Auf keinen Fall. Deshalb fordere ich dich hier mit heraus. Komm, wir treffen uns wieder zu zweit in der Lobby. Jetzt Fortnite, OG. Wer überlebt länger ohne Waffen? Und dann wirst du sehen, derjenige, der gewinnt. Sagen wir, du solltest gewinnen. Dann hast du dir erlaubt, mir sowas zu sagen. Aber sollte ich gewinnen, musst du dich entschuldigen. Außerdem geht es um 5 Euro PSN. Ich warte auf dich, Julian. Ja, er ist auch am Start. Was geht, was geht's? Moin Moin, alles fit. Ja, Leute. Wir machen heute eine Runde. Wer überlebt länger in Fortnite? Auf der OG Map. Auch was ganz cooles. Ja, es wird sehr interessant. Die Regeln sind ganz einfach, Leute. Man darf halt kein Töten, keine Waffen, keine Rannartenwerfer gar nichts aufheben. Außerhalb hier links, also Minis, Biggie, alles mögliche, Millikids, Ding, Jiggy Jackson oder wie das irgendwie auch immer heißt, Digga. Jiggy Jackson. Ja, genau so. Ja, Leute. Ganz einfach zu verstehen. Und an der Stelle will ich auch sagen, Leute, wir sehen uns in der Runde. Wo wirst du landen, du? Wo ich lande, ich weiß es nicht. Sehr, fühle ich. Ich lande nicht, ich lande da oben. Okay, okay. Ich denke mal, ich gehe hier, bei Lonely Lutsch. Ja, sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Ja, Digga. Am besten da, wo nicht viele Gegner sind, würde ich behaupten. Jetzt stellen wir vor, du spielst. Oh mein Gott, oh mein Gott, Digga. Ich muss diese Waffe liegen lassen, Bro. Das kannst du ja nicht mehr schauen, Digga. Einfach eine goldene. Golder K. Ich wollte gerade schon sagen, Digga, stell dir mal wirklich vor, du siehst irgendeine goldene Waffe. Also sei es eine Ska oder irgendwas, irgendwas goldene. Ein bisschen Nachschläge, das ist was komplett. Dann vielleicht auf Mausen-Tastatur zu wechseln, Gegner, Alter. Oder komm, töte ihn, töte ihn, töte ihn, Bro, bitte. Digga, bitte. Ich habe mir überlegt, auf Mausen-Tastatur zu wechseln, aber... Nee, ich habe so viele... Ah, scheiße, oh mein Gott, bei mir hat sich jemand gerade gesnipet. Ja? Ja. Alter, bei mir sind so viele. Ja, Bruder, tropf da. Tropf auf die Oiga. Bitte. Boah, Digga, ich gehe jetzt auf Rieskohen. Okay, so viele Broklob ein bisschen übertrieben. Hier, auf die Konzerne. Ich hole mir jetzt... Oder ich hole mir jetzt den Nooblob, den Dings ja. Jetzt wird es ernst. Jetzt können wir nicht mehr so ein bisschen Kaffee und Kuchen reden und so. Äh, nee, nee. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, Digga. Ey, Bro, ich habe einen Töpflag gefunden. Wichtig. Gönne ich nicht. Ehrlich. Digga. Ey, ich habe euch jetzt hier auch nicht anders erwartet, bin ich hier ganz ehrlich. Oh nee, da haben wir den Gegner. Pissisch. Hit fair. Oh, ich sehe wie ein Gegner auf andere Leute zielen. Ah, bei mir ist es wieder friedlich, ja, ich bin ja gerade weggekommen. Von nein. Das sieht schön aus. Ich glaube, das war so ein Bot teilweise, der mich da abgebildert hat. Oh, da muss ich auf. Oh, ja, das machen die gut, das machen die gut. Gehen halt nicht töten. Oh, warum sind die Gegner? Oh, Digga, die Sauen geht genau in die andere Richtung, Digga. Ah, oh. Bitte schieß, schieß, schieß. Ja, einer hat oben bei dir. Oh, er fisch mich. Oh, nein. Halt die Fresse, lass mich in Ruhe. Digga. Was für ein Bock? Geh mal deine Box auf. Guck mal zu mir. Oh, Digga. Du bist so ein Wichser. Nein. Ja. Ja, erst mal eine Zone rein. Ja, weil ich genug Kier habe. Jetzt. Oh, Gott, nein. Nein, 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 bitte. Tötet ihn doch. Ja, das schaffe ich nicht, glaube ich, oder? Doch, 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 das schaffe ich. Ich habe kein Holzbüro. Ich kann das da aufhören nicht mehr machen. Oh, mein Gott, 5 AP. 5 AP, Shad. Nein, stirb doch, du Drecksau. Bitte. Was machst du da hinten? Was machst du da? Das war dumm, Digga. Ich hätte nicht auf den Chat füllen müssen. Ja, ich bin tot. Ja. Ja. Bitte stopp. Bitte, bitte, bitte. Verräg schneller. Ja. Ja, Bruder, das war zu spät mit dem Holz. Ich hätte hier vorne noch Holz nehmen. Ja, ich habe verloren. Ja, Digga, Shad. Ich hätte mitgeben müssen, sage ich so. Ich hätte aber mitgeben müssen. Wop, 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 wop. Ist ja dumm. Ja, meine lieben Freunde, wie man es gesehen hat. Ich habe verloren. Ja, nochmal ein großes GG an den lieben Miras. Und es tut mir leid, dass ich dich als ehrenloser Hund beleidigt habe. Ey, wirklich. Geist krank. Ey, wirklich, das, Leute. Das Video, oder mit das Video habe ich gar nicht erwartet. Also, ich habe mich voll erschrocken, woher das hochgelandert. Da habe ich mir so, yo, was geht denn da jetzt ab, Alter? Ähm, ja. War trotzdem eine coole Runde. Nochmal ein großes GG, wie gesagt, an den lieben Miras. Schöne Grüße auch. Bisschen korrechter Typ, aber muss man einfach sagen. Ja. Leute, die 5er PSN, oder ich habe ja manchmal 5 Euro draufgelegt, äh, habe ich schon in der Saison gepostet. Äh, ja. War jetzt aber vor zwei Tagen und die Schellenthammer, oder die Ola haben wir letzte Woche aufgenommen. Ja. Und der Schelle, haut rein. Euer Gene. Ciao, ciao.